Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, nicht alles, und das klang ja bei meinen Vorrednern eben auch schon an in Ihrem Antrag, oder was Sie dort schreiben, ist falsch. Zu Beginn führen Sie aus, dass der Mittelstand, vor allem ja auch im Vergleich zu den großen Konzernen, vor besonderen Herausforderungen bei der digitalen Transformation steht. Und wir als Union sind der Überzeugung, und der Kollege Michelbach hat das auch schon passioniert betont, der Mittelstand, das ist das Rückgrat unseres wirtschaftlichen Erfolges, und deswegen ist auch entsprechend klar, dass wir für kleine und mittelständische Unternehmen bei der Digitalisierung spezielle Instrumente und Regelungen brauchen. Steuerliche Anreize über bessere Abschreibungsmöglichkeiten sind ein Weg, den man prüfen muss. Und es wurde bereits auch gesagt, darum haben wir das ja auch im Koalitionsvertrag festgeschrieben, zu prüfen, ob und wo es sinnvoll ist, die Abschreibungstabellen entsprechend zu überarbeiten. Aber wir werden das genau prüfen, mit dem Blick auf KMU, mit dem Blick auch auf Start-ups. Doch schlüssige Vorschläge für einen echten Innovationsschub für den Mittelstand, den liefert Ihr Antrag eben nicht. Und das haben Sie scheinbar ja auch selbst bemerkt und darum den Titel des Antrags auch kurzerhand geändert. Fest steht, Ihr Antrag geht an vielen Lebenswirklichkeiten vorbei. Wir haben es gehört, viele Unternehmen setzen inzwischen auf das Leasing von Softwareprogrammen. Die Anschaffung von Smartphones ist heute ja wohl ein grundsätzlicher Standard und die Abschreibung deshalb auch kein Meilenstein für Innovationen. Frau Kemmer, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Ich habe so wenig Zeit. Viel maßgeblicher. Der Koalitionsvertrag schafft die Grundlage für Innovationen und für steuerliche Förderung von Forschung und Entwicklung. Und Forschung und Entwicklung, das ist doch der Motor für Innovation schlechthin. Deswegen ist entscheidend, dass man sich nicht im Klein-Klein, nicht in einzelnen Rädchen verliert, sondern die entscheidenden Weichenstellungen voranbringt. Und wir haben in der letzten Legislatur auch schon einiges erreicht, gerade wenn man auf die Rahmenbedingungen für Start-ups, für Gründer oder auch mit Bezug auf Wagniskapital schaut. Und natürlich sind wir noch nicht am Ziel. Und darum haben wir ja weitere gezielte Maßnahmen für Information und Beratung, gerade auch für den Mittelstand, die Mittelstand 4.0 Kompetenzzentren, das Förderprogramm GoDigital, nur zwei Beispiele, viele andere sind heute auch schon genannt worden. Ich betone noch mal gezielte Maßnahmen, differenzierte Instrumente im Rahmen einer konsequenten Gesamtstrategie. Wir wissen alle, die Digitalisierung wird unsere Wirtschaft, wird unser gesamtes Leben umkrempeln. Wer nicht digitalisiert, verliert. Und wenn ich mit Unternehmern, mit Mitarbeitern in meinem Wahlkreis spreche, dann werden auch immer wieder Hemmschwellen deutlich, die eben nicht nur mit den Kosten für digitale Ausstattung zusammenhängen. Bei der jüngsten Befragung des Bundesverbands der mittelständischen Wirtschaft haben viele Betriebe angegeben, dass Digitalisierungsbeschreibungen da sind, ja, aber dass zum Beispiel Angebote zur Weiterbildung im Umgang mit digitalen Anwendungen fehlen. Und es ist doch so, die Digitalisierung braucht vor allem auch die Qualifizierung derjenigen, die am Ende auch von ihr profitieren sollen. Was nutzt die beste Ausstattung in Betrieben, wenn der digitale Unternehmergeist nicht ausgeprägt ist? Wenn digitale Kenntnisse und Fähigkeiten schlichtweg fehlen? Wenn Sicherheitsrisiken scheinbar überwiegen? Digitalisierung geht in den Köpfen los. An den Schulen, in den Ausbildungsstätten, an den Hochschulen. In der Arbeitswelt, in der Weiterbildung. Die Affinität im Umgang mit digitalen Prozessen. Kreativität und Freude auch an der Mitgestaltung von Innovationen. Und auch das kritische Hinterfragen von scheinbar gesetzten Dingen. Letztendlich die Befähigung zum lebenslangen digitalen Lernen. Das ist doch am Schluss auch das, was entscheidend zur digitalen Transformation beitragen wird. Und mit dem Digitalpakt D, mit der Digitalisierungsinitiative für die Ausbildung und für die Hochschulen. Mit der nationalen Weiterbildungsstrategie legen wir hier die richtigen Grundlagen im Koalitionsvertrag, um diese Fragen anzugehen. Wir müssen die Herausforderungen, vor denen wir stehen, zusammenhängend begreifen. Wir tun das als Union. Und wir tun das mit den entsprechenden richtigen Maßnahmen.